Nach fast zwei Jahren hat ein Richter die Klage von Model Ashley Smithline wegen sexueller Übergriffe gegen den Sänger Marilyn Manson endgültig abgewiesen. Das berichtet unter anderem das People-Magazin. Smithline hatte zunächst im Juni 2021 die Klage gegen den Musiker eingereicht. Doch nun soll ein Richter in Los Angeles die Klage abgewiesen haben, so das Magazin. Der angebliche Grund, die Klägerin hat sich nach dem Abtreten ihres Anwalts weder dafür entschieden, sich selbst zu vertreten, noch einen neuen Rechtsbeistand beauftragt. Eine vom Gericht gesetzte Frist verpasste sie offenbar. Ihr bliebe allerdings die Möglichkeit, die Klage erneut einzureichen. Wir wünschen ihr alles Gute und werden weiter daran arbeiten, sicherzustellen, dass diejenigen, die versucht haben, unser Rechtssystem zu missbrauchen, einen erheblichen Preis zahlen werden, sagte Mansons Anwalt Howard King in einer Erklärung, die People vorliegt. Smithline hat sich dem Magazin zufolge bislang nicht dazu geäußert. Laut dem Magazin Rolling Stone laufen noch zwei weitere Klagen gegen den Musiker. Manson, der mit bürgerlichem Namen Brian Warner heißt, bestreitet bis heute alle Vorwürfe und behauptet, dass seine Beziehungen einvernehmlich gewesen seien. Mehrere Frauen werfen dem Sänger sexuelle Übergriffe vor, darunter Westworld-Star Evan Rachel Wood und Game of Thrones-Schauspielerin Esme Bianco.